Jo, wir haben jetzt hier einen Tarnflug vor mit 16 Leuten, ja, der Alex kann es euch mal zeigen, indem er mal jetzt die Spielerliste aufmacht, wir sind wirklich 16 Leute, alles Freunde in einer FL und jetzt wollen wir hier mal ein bisschen Party Rock Hard starten und würde ich mal sagen, wollen wir raus, springen, wollen wir? Jo, wollen wir, okay, ja, let's go, ciao, wuhu, lasst den Schirm mal raus, ich glaube, das Info können wir vergessen, Alter, wir kommen nicht raus, Leute, ich habe keinen Fallschirm, ich habe keinen Fallschirm, scheiße, mein Fallschirm, ich rede auch nicht, wie die fliegen, Alter, wie die fliegen, Alter, geil, Hammer, ich hatte mal einen Fallschirm, ich bin richtig auf dem Boden, okay, Leute, alles zu eurem persönlichen Fahrzeug jetzt bitte, ja, ich habe keinen Fallschirm, irgendwie habe ich nicht mehr gehabt, ey, ja, jetzt alle zu eurem persönlichen Fahrzeug, wie abgesprochen, ey, jetzt einfach mal aus, alle auf meine Brücke, ja, Mann, da hat sich eiskalt mein Fallschirm nicht geöffnet, ja, super, ich schattet mal einen, also beschwerte ich nicht, einer ist eben, äh, einfach im Helikopter geblieben, bin rausgekommen, mein, dann ist mein, äh, einfach mal ein Fallschirm, da geblieben, einfach rausgefallen und da geblieben. Okay, that's it, you go and death. Äh, da fehlen nur drei von vorne. Ne, vier sogar, ähm, kommen da wahrscheinlich gar nicht durch. Ähm, wer Bullen hat, äh, soll die bitte loswerden. So, ähm, wenn ihr alle im Fahrzeug drinne seid, sagt mir Bescheid, naja, ich kann's ja auch sehen. Guck mal, wie der Passant da einfach nur seine Fotos macht. Ja, mein Auto ist halt eben interessant, ja. Er hat locker ins Auto fotografiert. Das muss jetzt nämlich relativ schnell gehen, Leute, also bitte zuhören. So, ähm, Haferbrei, du hörst dir jetzt den ersten Titan und stellst dich auf der rechten Landebahn. Hä, wieso zärt er, hä, was geht hier ab? Wieso zieht der mich, was so? Ey, was willst du? Wegen eurem Rumgehupe, Alter. Tom ist ganz vorne oder nicht ganz vorne? Ich bin ganz vorne. Ich bin ganz vorne. Alle Tom sind da ja nicht nach links an. Ich weiß auch ein bisschen geradeaus, dass ihr mich, äh, dass ihr mich ein bisschen besser verfolgen könnt, dass ihr mich auch hier vorne seht. Weil, äh, sonst, äh, die meisten sind da so. Ja, dann kann ich es wirklich. Ey, Leute, guck mal auf dem Wasser, der Schatten. Ey, das sieht aus wie so Bomber im Zweiten Weltkrieg jetzt. Die Schatten unten. Jetzt muss ich... Ey, Leute, guckt euch mal die Schatten an. Und nicht nur so langsam fliegen. Guckt euch mal die Schatten unten. Wir haben dafür keine Zeit. Wir müssen gucken, dass wir nicht in anderen rammen. Warte mal hier, der unter mir, der ist... Oh, fuck. Ja, ich kann nicht abbremsen. Der unter mir ist verdammt langsam. Ja! Ja, die haben anscheinend keine Ahnung vom Fliegen. Irgendwie haben die kein GTA gespielt. Ja? Oh, Leute, das... Da wird auf jeden Fall was... Mein Fahrwerk ist drin. Mein Fahrwerk... Bei mir ist mein Fahrwerk drin. Oh, die Schatten, Alter. Das erinnert mich gerade so richtig an den Zweiten Weltkrieg, so die Bomber. Was die Leute da unten, die NPCs, was die sich so gerade denken müssen, so. Ja, ich fahre ja schon rechts. Aber alle mehr hinterher. Ich fahre. Ich fahre. Ich fahre die Route. Ja. Geil, läuft hinter mir, vor mir. Hatteln, runter! Wir wollen ein bisschen tief... Ja, wir wollen ein bisschen tief fliegen, damit das ein bisschen geiler aussieht. Ja. Komm, du recht. Ich links. Hattel, guck mal da hinten. Wir haben voll viele Leute verloren. Wo sind denn die? Nein, Tom, egal. Du recht, ich links. Nein, ich links und dann du rechts. Mach keinen, du stürzt ab. Nein, tu ich nicht. Aber so halt schon. Du kannst schon mal das Fahrwerk rausfahren, weil hier vorne ist schon links. Geh auch schon mal ein bisschen nach rechts rüber. Alle fahren das Fahrwerk raus. Oh, fuck, wird das hart. Das wird hart. So, und ich hab keine Probleme. Was hast du denn, du musst mal rechts? Ja, ich muss rechts. Ja, ich muss rechts. Ich muss gucken. Ja, da ist jemand abgestürzt, ich hab's gehört. Ja, ich muss links, ich muss links, Mann. Der hinter mir muss rechts. Scheiße, da ist ein Titan gespawnt. Vor meiner Nase. Ähm, Destiny, wer ist das hier bei mir? Scheiße, Scheiße, ich muss zurück. Scheiße, hier ist ein Gang angriff. Zurück, 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 zurück. Hier ist ein Gang angriff. Weiter. Fliegen, fliegen, fliegen. Ja, entweder muss ich jetzt durchstarten, weil hier ist ein scheiß Gang angriff. Passatom! Komm schon! Ich wär's jetzt dann mal mit einer V-Formation, Jungs. Kriegt ihr das hin? V? Ja, das wollte ich, also ich krieg das hin. Ja, wir haben's schon mit 9 schon mal geschafft, also. Ja, dann ordne das an, dann machen wir eine V-Formation. Ja, dann ordne das an, dann machen wir eine V-Formation. Ja, dann ordne das an, dann machen wir eine V-Formation. Und dann starten wir wieder so hoch, Mann. Ja, jetzt hab ich mich aber schon gedreht. Ja, ich auch. Dann drehst du dich halt nochmal. Ja, mach doch viel mehr Sinn, ne? Ja, mach doch viel mehr Sinn, ne? Hä? Noch mal umdrehen. Ey, wartet mal, Achtung! Boah, not today. Scheiße, hol doch nicht den Titan, wer in der Gangangriff da ist. Hau ab! Rückwärts, Tobi! Ach nee, das ist Tobi! Tobi, hol dir den Titan hier, wenn du mitfliegen willst. Aber erst, wenn wir alle bereit sind, weil sonst stattet der Gangangriff und du explizierst und wir explizieren alle mit. Fahre mal richtig auf die Fahrbahn, Destiny. Nee, Zimmerzwerg ist das. Ja, Master, du, stopp, schweig, muss wenden. Warte mal, ich steck dir mal meinen Arsch ins Gesicht. Alter, ich wende mal. Leute, was macht ihr da vorne? Macht ihr da gerade Gangbang? Ja, der Mockerente, der weiß nicht. Achso, wendet ihr jetzt noch mal alle zurück? Ja, okay, der wendet noch mal alle zurück. Wie es so drüben aussieht. Einfach nur geil. Geil wäre es nur, wenn das Flugzeug abgehen würde. Piep, 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 piep. Die Ecke war schon ganz tight hier. Also, wir brauchen auf jeden Fall eine ungefährte Zahl für die perfekte V-Formation und einer muss auf jeden Fall anfangen. Nee, der Tobi kommt ja auch noch da vorne. Tobi, komm jetzt mit deinen Titan auf der rechten Landebahn her. Ja. Eigentlich müsste jetzt doch einer da stehen und Fotos machen. Irgendein anderer Spieler, da bin ich mitmachen. Ja, ich mach das. Ich mach das. Ich mach das. Ich will auch ein Foto machen. Leute, lass mal die Titans hier stehen. Sieht so geil aus, einfach. Tobi, du musst wenden, nur zur Info. Achtung, da ist ein Fels. Achtung, da ist ein Fels. Fels, Achtung, gestorben, alles. Das schwarze vorne an deiner Titan ist kein Gummipuffer. Gummipuffer. Ein Mann. Haben wir jetzt ne ungerade Zahl an den Titan, oder? Hallo? Zwei, vier, sechs. Zehn. Äh, wo ist Tom und alle hin? Müssen wir uns dann nur mal überlegen, wer in welche Reihe geht. Dreizehn, wer? 1, 3, 5, 9 Sag mal Tschüss Sieht das geil aus, Alter Ich muss das Foto noch hochladen 6 Reihen müssten es glaube ich sein, oder? Ich habe nichts verstanden Was hast du als nächsten Vorschlag? Ich hätte jetzt gesagt eine V-Formation Das ZRF, der tut anführen Dann zweite Reihe So wie sie jetzt die Flugzeuge aufgelistet Hier stehen Und dann tut man sich aufbreiten Weißt du wie ich meine? Aber vielleicht sollten wir das auf Ja, auf 2V machen, weißt du? Weil dann geht es schon wieder nicht mehr auf 5, 5 Doch, würde aufgehen Ja, aber das Problem ist, die wird halt übel spreit Probi nicht Also im echten Leben wäre das natürlich sehr umweltfreundlich Einer ist vorne, der Rest muss durch 2 Wollen wir jetzt losfliegen? Ja, also wir wollen uns jetzt genau machen Ja, vor Formation Ja, einer muss jetzt losfliegen Und alle müssen da fliegen Dann müssen wir uns in der Luft finden Nur gucken, dass wir das Chaos in die Reihe kriegen Die haben das damals an dem LS Von dem großen Flughafen ausgemacht Da hast du die komplette Breite So, und jetzt ist schon aufbreiten, oder? Ja, breitet euch mal aus Ein bisschen nach links und rechts Alter, guckt euch mal die Schatten unten an Da, 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 da Die Bomben fliegen Meine Männer, meine Männer, wer hat die Bomben? Ich verstehe jetzt eigentlich so recht gut Nocainte, was veranstaltest du das für eine Beerdung? Wie wir das damals gemacht haben, Alter Wo wir das zu neun in der öffentlichen Lobby gemacht haben Die Leute, die haben uns nur noch Nachrichten geschrieben Was wir hier denn veranstalten, Alter Extra tief über die drüber geflogen Mit neun Titanen in der Formation Das sah so geil aus Mockerente, was machst du? Ja, ich stehe gerade nach links ab Alter, der Mockerente macht hier irgendeine Party Alter, Leute, das sieht so geil aus Ja, außer der Mockerente, weil der macht hier was Ja, keine Formation, irgendein geflogenen Haufen Eine Formation ist es nicht wirklich Aber es sieht gerade so geil aus Leute, lasst mal alle ein Looping ziehen Hinter dem Berg Hinter dem Berg, lasst mal alle ein Looping machen Alle ein Looping, vollgas und ein Looping Hinter dem Berg, hinter dem Berg Ja, Alter Alter Alter, Alter ает Oh, das ist deine Masken-Kaka-Abulage O, 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 o O, o, o Ja Leute, Leute, ich würde mal sagen, danke, dass ihr mitgemacht habt, das war echt klasse von euch, wir werden dann wahrscheinlich mit euch öfters noch was machen, wenn wir uns was ausgedacht haben. Aber es war echt klasse, dass ihr so gut mitgearbeitet habt und danke nochmal. Dankeschön. Ey, ich bin Tobi vor sich nicht angeflogen, beinahe. Ey, wer ist da neben mir? Ich habe Angst, hier rumzuschieben. Okay, das war der Abschluss.